Hallo und herzlich willkommen bei The Pet Food Family, der Podcast. In der heutigen Folge geht es um die Tierschutzkampagne von und mit Martin Rütter. Adoptieren statt produzieren. Diese Kampagne tritt an für die Adoption von Hunden, gegen illegalen Welpenhandel, gegen unseriöse Vermehrer, gegen die Verbreitung von Qualzuchten, gegen überfüllte Tierheime, für die Aufklärung zu seriösen Quellen und für mehr Unterstützung der Tierheime. Hört euch diese Folge bitte an. Es lohnt sich wirklich so sehr. Johanna schenkt der Kampagne heute ihre Stimme. Vielen Dank dafür und herzlich willkommen hier im Podcast, Johanna. Hi Johanna. Hi Jan. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Ja, ich freue mich, dass du extra hier gekommen bist. Total gern. Jetzt müssen wir natürlich sagen, wo das hier ist. Ja. Wo sind wir denn hier? Wir sitzen hier in dem Konferenzsaal der MINA Entertainment. Das ist das Management von Martin im wunderschönen Hürth. Genau, richtig cool. Und ich habe Martin irgendwann angetiggert und habe gesagt, ey Martin, ich würde total gerne Adoptieren statt Produzieren hier im Podcast haben. Reicht das denn, wenn wir nur Martin sagen? Das denke ich reicht. Und dann hat er sofort gesagt, ja cool, dann musst du das mit der Johanna machen. Das ist die Dame, die da alles in den Händen hält. Ja, man wusste nicht, was er da sagt wahrscheinlich. Nimm unsere Zuhörer ein bisschen mit. Was ist Adoptieren statt Produzieren? Ja, Adoptieren statt Produzieren ist die Tierschutzkampagne von Martin, die jetzt seit, ich kann gar nicht genau sagen, wie lange, noch nicht allzu lange, aber schon ein paar Jahre schon besteht. Und genau, Martin beschäftigt sich in der Kampagne mit allen Tierschutzthemen. Ja, Quarzucht ist immer wieder ein Thema. Tierheime, Situation der Tierheime, alles Mögliche. Und wir unterstützen verschiedene Projekte. Wir geben verschiedenen Leuten eine Bühne, versuchen mit Leuten ins Gespräch zu kommen und halt immer wieder auf verschiedene Themen einfach aufmerksam zu machen. Das ist ja schon mal voll spannend. Das heißt, Adoptieren statt Produzieren ist viel mehr als Adoptieren statt Produzieren. Ja, also meinst du jetzt inhaltlich? Ja, genau, weil du sagst, zum Beispiel auch Qualzuchten sind Themen. Ja, ja. Nee, auf jeden Fall. Klar, natürlich auch Qualzuchten können, also unabhängig davon, dass Qualzuchten sowieso leiden, kann auch Qualzuchten produziert werden. Aber absolut, weil die Dimensionen sind viel vielfältiger und ist natürlich auch alles miteinander verstrickt. Also wie geht es im Moment den Tierheimen? Wie sieht es eigentlich mit dem Tierschutzgesetz in Deutschland aus? Einfach mit Politikern mal ins Gespräch zu kommen. Aber es muss auch nicht immer ganz so tief und traurig sein. Auch einfach mal mit Prominenten sprechen. Hey, was hast du eigentlich für einen Hund und wo kommt der eigentlich her? Um auch so ein bisschen eine Leichtigkeit mitzunehmen. Ja, all das findet in der Kampagne statt. Cool. Lass uns heute probieren, auch immer wieder irgendwie ein bisschen Leichtigkeit da reinzubekommen. Denn genau wie du sagst, das Thema ist eh schon so schwer und es ist immer so ein bisschen mühsam, finde ich, da durchzukommen. Und wenn man es mit so einem kleinen Witz verpackt, dann ist es, glaube ich, ein bisschen leichter für alle zuzuhören. Ja. Nimm uns mal, wenn du magst, ganz kurz mit in die Situation der Tierheime. Du hast eben gesagt, da schaut ihr hin. Wie ist denn die aktuelle Lage der Tierheime in Deutschland? Gleich bleibt schlecht. Also im letzten Jahr, letzten Sommer, vielleicht können sich da ein paar Leute dran erinnern, gingen die Schlagzeilen ja wirklich durch die Decke, dass Aufnahmestopps, die Tierheime wissen einfach nicht mehr, wohin mit den Hunden, können Tiere nicht mehr aufnehmen. Wir müssen untereinander die Hunde hin und her irgendwie tauschen und schauen, dass sie irgendwie unterkommen. Ja, sogar ganz schlimme Sachen wie Euthanasieren wurde angesprochen. Und das hat sich eigentlich nicht weiter verändert. Also ich glaube, seit der Pandemie ist es ein richtiger Tiefpunkt. Und ja, es bleibt weiterhin schwierig. Also jeder, der mal die Zeit und die Lust hat, mal so ein Tierheim zu besuchen, kann sich davon auch einfach mal selbst ein Bild machen. Die schwimmen wirklich, also das ist wirklich, die sind an der Belastungsgrenze, da geht nichts mehr. Die, die hier jede Woche zöhnen, die kennen das schon, weil ich das jetzt schon ein paar Mal gesagt habe. Ich darf häufig mit Tierheim sprechen oder mit Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus Tierheim. Und ich habe jetzt nicht nur einmal den Satz gehört, dass wir kurz davor sind, dass es in Deutschland Straßenhunde geben wird. Krass, oder? Ja, und als ich das gehört habe, habe ich, ja ich auch, weil ich gedacht habe, ey krass, das ist was, was ich aus anderen Ländern kenne, wo ich hinfliege, wenn ich arbeite oder wie auch immer. Was für mich hier unvorstellbar ist, dass wir irgendwann, wir sind hier in Hürt, wir laufen durch Hürt, durch die Innenstadt und dann liegen da einfach Hunde, die keinem gehören. Crazy. Will man sich gar nicht ausmalen, ne? Will man sich gar nicht ausmalen, ja, aber es ist tatsächlich so. Und ja, natürlich ein Hauptziel der Kampagne ist, dass auch ein bisschen einfach das Image sich der Tierheime verändert. Also ich meine, du bist ja auch viel in Tierheimen, kommst mit den Leuten auch ins Gespräch. Da arbeiten so viele tolle Leute und es gibt halt einfach diese hartnäckigen Vorurteile und die muss man einfach bekämpfen. Und das ist schon mal ein Schritt, um auf jeden Fall die Situation zu verbessern und zu verändern. Und einfach auch so ein bisschen diese Gefühle, die ausgelöst werden, wenn man das Wort Tierheim hört. Viele Leute denken dann irgendwie an diese Zwingeranlagen und es ist laut und irgendwie Mallis, die da irgendwie die Wände hochspringen und so. Gibt es wahrscheinlich auch, einfach weil es halt einfach randvoll ist. Aber ich war jetzt in so vielen, auch jetzt kürzlich mal in so vielen Tierheimen, das sind irgendwie gut gelaunte Leute, die haben da Bock drauf. Und die Hunde, das muss auch nicht immer nur ganz schlimm sein für die Hunde. Also die tun ja ihr Möglichstes, um irgendwie den Hunden auf Zeit wirklich ein schönes Zuhause zu geben. Und das wollen wir auch transportieren, einfach mal zu zeigen, hey, Tierheim ist nicht immer nur Hölle, man kann es auch wirklich schön machen. Und besucht es mal, nehmt da irgendwie mal teil, geht mal Gassi mit den Hunden, lernt die mal kennen, lernt mal die Leute kennen vor allem. Ja, weil das auch ein Riesenthema ist, über das man mal sprechen muss, die Arbeitsbedingungen und die Entsohnung. Also auch wirklich prekär, ganz schlimm. Und ja, einfach so ein bisschen die Berührungsängste mal abzubauen, darum geht es auch, auf jeden Fall. Du durfst mit der Ellen neulich aufnehmen, das zweite Mal. Und da ging es auch genau darum, also nur ganz kurz, aber um die Arbeitsbedingungen in so einem Tierheim. Und dass es halt ein Job ist, den du eigentlich nur betreiben kannst, wenn du dafür lebst, weil er so schlecht entlohnt wird. Und du einfach Arbeitsbedingungen hast, die nicht cool sind, wenn dir die Tiere da wirklich wichtig sind. Ja, ja. Und das ist ja auch kein Job, wo du einfach morgens hingehst und abends heim. Also die Leute, die nehmen die Tiere ja auch mit nach Hause, die versorgen die in ihrer Freizeit. Die können nicht an Weihnachten sagen, so ich gehe jetzt mal feiern mit meiner Familie. Und die Hunde können oder alle Tiere da im Tierheim können gucken, was sie machen. Das ist die Grenze zwischen privat und beruflich existiert für die Menschen ja auch nicht. Auch emotional ja nicht, weil das ist natürlich, die Tieren, denen geht es schlecht. Aber was auch eine Komponente ist, Familien, wo es Tieren nicht gut geht, geht es auch häufig den Menschen nicht gut. Und mit diesem ganzen Ballast müssen die Menschen ja auch umgehen. Und genau, es geht da einfach ein bisschen auch jetzt in der Kampagne gerade auch speziell darum, einfach mal dafür zu sensibilisieren. Also da arbeiten auch Menschen und keine Maschinen. Und ja, es kann sein, dass du da mal hinkommst und die fragen mal ein bisschen ruppiger, wie wohnst du was? Aber jetzt nicht, weil die dich irgendwie blöd finden per se, sondern halt einfach, weil die wirklich unter Stress stehen. Und natürlich auch einfach ihre Hunde gut vermittelt wissen wollen. Voll. Ich bin hierher gefahren und ich dachte, okay, die Johanna ist die Stimme von Adoptieren statt Produzieren. Und wir reden, oder du redest quasi für die Kampagne. Und jetzt ist gerade voll der Change so in meinem Kopf passiert. Jetzt sitzt Johanna als Johanna hier. Und das meine ich gar nicht böse. Ich hoffe, du verstehst noch ein bisschen, was ich meine. Ich habe richtig Bock, jetzt mit Johanna zu reden. Oh, ja, also gut, die Stimme von Adoptieren statt Produzieren sind immer die Tierschützerinnen. Also natürlich allen voran Martin, der Initiator, aber auch so ein Deffi, der da auch super viele Aktionen mitmacht. Aber die ganzen Auslandstierschutzvereine, die ganzen Tierheime in Deutschland, aber auch die guten, professionellen, nachhaltigen Züchterinnen sind auch eine, können auch, wenn sie möchten, eine Stimme der Kampagne sein. Und eigentlich zusammengenommen, alle zusammen sind die Stimme. Weil ich finde, oder wir alle finden, hier in dem Hause nur so geht es. Also, ja. Finde ich richtig gut, weil wir immer sagen, das ist so unser Ding, dass mal miteinander reden und nicht übereinander. Ja, genau. Und gerade in dem Thema ist so viel übereinander, gegeneinander und das ist alles so emotional aufgeladen, was ich verstehe. Aber dass man ja sich schon teilweise gar nicht mehr traut, irgendwas zu sagen oder sich vorher so viel Gedanken darüber machen muss. Wen verliere ich vielleicht an der Stelle, wen verliere ich an der Stelle, wer fühlt sich da angepiekst? Kann ich das ein bisschen anders formulieren damit? Nee. Ey, uns alle sind ja Hunde wichtig. Ja. Und wenn man sich, glaube ich, wieder darauf einigt, dass das der kleinste gemeinsame Nenner ist. Ja. Und dann können wir ja unterschiedlicher Meinung sein, wie man dafür sorgt, dass es allen Hunden gut geht. Das steht ja auf einem zweiten Blatt Papier. Aber vielleicht definieren wir mal Adoptieren und Produzieren, dass man mal versteht, was hinter diesen beiden Wörtern steckt. Ja, auf jeden Fall. Also Adoptieren, ich glaube, ich fange mal mit Adoptieren an, ist eigentlich im Prinzip, betrifft das erstmal alle Tierschutzhunde, logisch, die man irgendwie second hand zu sich nimmt. Egal, ob es jetzt Ausland ist, aus dem Tierheim oder über verschiedene Wege, sage ich jetzt einfach mal. Und in Abgrenzung dazu ist Produzieren, jegliches Schaffen von Hundeleben, indem es nicht um das Hundewohl oder den Hund an sich geht, sondern ums Geschäft. Also ums Geld machen und wo ganz klar und eindeutig die Tiere natürlich die Leidtragenden sind. So, das sind ganz krasse Vermehrer in Ungarn beispielsweise, die die Hunde irgendwo im Keller halten und die niemals irgendwie ans Tageslicht kommen. Das können aber dann, oder die Vermehrer können auch das Gesicht wechseln, sage ich mal, und dann hier auftreten als Welpenstube Winkel in Dorsten, wo man suggeriert bekommt, das sind irgendwie glückliche kleine Hundewelpen. Aber es gibt auch in Deutschland krasse Fälle von Vermehrern, also Hunde, die irgendwo in irgendwelchen Zwingern gehalten werden und ihr ganzes Leben lang nur Welpen großziehen müssen. Und genau, das ist eigentlich so die Grenze oder der Unterscheidungspunkt. Ja, genau, so würde ich es eigentlich definieren. Und manchmal ist es halt nicht so einfach, das herauszufinden und genau, da wollen wir natürlich aufklären und sagen, hey Leute, so sehen Vermehrer aus oder so, könnt ihr herausfinden, ob es ein Vermehrer ist oder ob es vielleicht eine richtig gute Zucht ist, ob es ein professioneller Tierschutzverein ist und das einfach so ein bisschen den Leuten mit an die Hand nehmen. Das ist spannend, weil genau deswegen begleiten wir in dem Podcast zum Beispiel Mirjam Knauer, die züchtet Basengis und Malinois, weil wir nämlich auch gesagt haben, oder unser Wunschdenken war, wir zeigen, wie nach unserem Dafürempfinden und nach Rücksprache mit Tierärzten, Physiotherapeuten, Hundetrainern eine gute Zucht aussehen kann, damit jeder, der dann dieses Bild sich machen konnte, in Abgrenzung dazu erkennt, was vielleicht nicht so gut ist. Genau. Ja, genau. Und ich glaube, darauf kommt es auch an. Und klar, wir würden immer dazu raten, wenn du dir einen Hund einschaffst, geh mal ins Tierheim. Geh einfach mal gucken, sprich mal mit Leuten. Und wenn du da sagst, okay, ich finde hier in meinem örtlichen Tierheim wirklich gar nichts, dann unterhalte ich mit guten Tierschutzvereinen in und aus Land. Und übrigens auch viele Tierheime machen ja tolle Kooperationen mit Auslandstierheimen. Hol dir da mal Hilfe, lass dich auch mal vielleicht von jemandem Fachkundigen beraten. Gehört nämlich auch dazu, zu einem guten Adoptionsprozess, welchen Hund nehme ich, welcher Hund passt zu mir, passt ein Hund überhaupt in mein Leben oder gibt es da vielleicht andere Modelle? Reicht vielleicht auch mal Gassi gehen, Tierheim vielleicht aus, kann ja auch sein. Woher glaubst du, kommen heute noch diese Vorurteile gegenüber Tierheimen oder Tierschutzhunden? Ja, ich glaube, das ist ein Stück weit auch Unwissenheit, Unsicherheit auch. Es kann natürlich ein bisschen erdrückend sein, wenn man sich mal diese ganzen Geschichten aus den Tierheimen gibt, also die Schicksale der Hunde gibt. Es kann auch erdrückend sein, wenn du da hinkommst und da sind irgendwie wirklich die Qualzuchten, die da gerade leiden, weil die wirklich von einem Vermehrer beschlagnahmt werden mussten. Und der Schäferhund, der sein ganzes Leben lang irgendwo in einem Zwinger saß und, und, und. Es kann auch mal sein, dass Leute mal irgendwie schlechte Erfahrungen mit den Tierheimenmitarbeitern gemacht haben. Es wird am Ende aber sehr aufgebauscht oder es wird dann immer weiter erzählt, du kannst nicht in ein Tierheim gehen, das kannst du alles nicht machen. Und ich glaube, es hängt auch ein bisschen mit der Erwartungshaltung der Menschen zusammen. Die denken halt, ich will jetzt einen Hund, ich gehe jetzt da hin und ich kriege den. Und so funktioniert es halt einfach nicht. Man muss halt einfach Zeit einplanen. Man muss auch einfach mal damit rechnen und nicht beleidigt sein, wenn einer sagt, ey, du gehst jeden Tag irgendwie einmal um den Block, zu dir passt einfach irgendwie kein Mali. Und dann darf man nicht sagen, man kriegt keinen Hund aus dem Tierheim. Du kriegst vielleicht nicht diesen Hund aus dem Tierheim, aber es gibt garantiert für dich ein Tierheim, vielleicht auch nicht in dem, was irgendwie 10 Kilometer entfernt ist, aber vielleicht das, was 20 Kilometer entfernt ist. Da gibt es auf jeden Fall einen Hund für dich. Und das können, glaube ich, viele Menschen einfach nicht mehr aushalten. Und ja, dann suchen sie doch lieber mal schnell im Internet und haben natürlich viele haben auch so eine Wunschvorstellung. Ich wollte schon immer einen Hund, der so und so aussieht und dann gucken sie mal nach Züchtern und dann gibt es leider auch unter Züchtern viele schwarze Schafe und da werden sie dann halt abgeholt. Und dann werden dann halt die Bedürfnisse schneller befriedigt, als sich mühsam und manchmal auch diesen emotional leidvollen Weg durch den Tierschutz zu bahnen. Könnte ich mir gut vorstellen, ja. Total. Und ich habe eben so gedacht, bei einem guten Züchter kannst du halt auch nicht einfach mal klingeln und sagen, ich hätte gerne Welpen. Wir nehmen jetzt wieder die Miri, weil wir das begleiten dürfen. Da bewirbst du dich quasi, bevor die Hündin überhaupt belegt wird und dann entscheiden die im Laufe des Großwerdens der Hunde, ob einer der Hunde mit seinen Charaktermerkmalen, die er zeigt, in das neue Zuhause passt oder nicht. Also im Prinzip ist es derselbe Prozess dann wie in einem Tierheim, auch wieder so eine Abgrenzung vielleicht dann zum Produzieren, wo du halt, wir bleiben dabei, du hast es vorhin gesagt, einfach in die Welpenstube fahren kannst und mit dem Finger drauf zeigen kannst und dann wird da eingepackt und mitgenommen. Ja, also ich glaube, was man sich, die Frage, die muss aber jeder für sich selbst beantworten und die kann, man glaube ich, nicht jemanden anderen auferzwingen. Auch so ein bisschen muss denn für mich und für meine Bedürfnisse erst ein Hund geschaffen werden. Also muss ich denn irgendwie einen Züchter finden und darauf warten, dass der Hund belegt wird und jetzt schon quasi sagen, ich will aber unbedingt einen Hund haben. Oder gehe ich einfach davon aus, dass es so viele Hunde auf der Welt gibt, die gerade ein Zuhause suchen, da wird der Passende dabei sein. Und ich kann irgendwie auch beide Seiten verstehen, logischerweise, wie meine private Meinung aussieht. Also ich würde jetzt nicht mir beim Züchtern einen Hund vorbestellen. Ich verstehe auch den Kritikpunkt. Ich verstehe aber auch, wenn die Züchter sagen, das ist aber einfach die bestmöglichste Art und wir kriegen unsere Hunde super unter. Und die Zucht ist sowieso okay und ist nachhaltig und gesundheitlich auch alles super. Und die Leute, die dort den Hund sich nehmen, sagen auch, okay, ich bin mir bei dieser Züchterin sicher und es ist für mich der beste Weg. Ist das für mich alles besser, als wenn ich zu ihm gehe und sich da einen Hund einfach im Internet, sage ich jetzt mal, bestellt oder zur Welpenstube winke? Ich glaube, jeder muss sich einfach mal die Frage stellen, so wie ist meine persönliche Meinung dazu. Und vielleicht dann auch aushalten, wenn einer sagt, ich könnte gar nicht zum Züchter gehen, für mich kommen nur Tierschutzhunde in Frage. Ich glaube, man muss einfach nur eine rote Linie ziehen, was aber wirklich gar nicht geht. Und das ist jetzt so beim Thema Tierschutz, Vermehrer gehen einfach wirklich gar nicht. Oder beim Thema Qualzucht, die und die Qualzuchtmerkmale gehen wirklich gar nicht, gehen auch nicht nur ein bisschen, sondern gehen halt wirklich gar nicht. Und ich glaube, dann muss man aber auch einfach einstecken können, wenn es so ein bisschen inhaltlich doch einfach noch unterschiedliche Meinungen gibt. Woran liegt es? Ich bin inhaltlich zu 100 Prozent bei dir. Wir bleiben mal bei den Qualzuchten. Jetzt sind Hunde schon auf der Welt. Dass wir denen das perfekte Zuhause geben, steht außer Frage. Jetzt sind wir aber ja an einem Punkt, wo ja nicht nur uns beiden, sondern ja ganz, ganz vielen Menschen auf dieser Welt klar ist, dass es diesen Hunden nicht gut geht. Ja. Warum ist es nicht möglich, einfach zu sagen, und wir hören jetzt sofort damit auf? Ja, ich glaube auch, da gibt es viele, viele, viele verschiedene Faktoren. Also es gibt natürlich trotzdem Liebhaber der Rasse oder der Rassen und ich glaube, die sind so auch in ihrer Bubble gefangen und vielleicht ist es auch so ein bisschen eine Frage des Stils, wenn du halt ständig überrannt wirst von Kritik und Leuten, die manchmal vielleicht auch ein bisschen übers Ziel in ihrer Art der Kommunikation übers Ziel hinausschießen und beleidigend werden. Und hat man vielleicht manchmal auch schnell so irgendwie den Ansatz, erstmal in eine Gegenhaltung zu rutschen, einfach nur aus Prinzip so. Und dann geht es manchmal vielleicht gar nicht mehr so richtig um den Inhalt oder um die Fakten, als ja, wenn der sagt, mein Hund ist irgendwie, sollte gar nicht leben. Ja, dann sage ich aber, ja, weil der ist charakterlich total super und total toll. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Kommunikationsproblem auch, dass man, wie wir gerade auch schon angerissen haben, einfach versuchen muss, mit den Leuten wirklich sachlich mal im Austausch zu bleiben und nicht irgendwie beleidigend zu werden oder irgendwie persönlich zu werden. Und so. Und am Ende, ja, da sind wir vielleicht auch wieder bei dem Thema Vermehrer und das ist natürlich für viele auch noch ein Businessmodell. Also solange die Hunde verkauft werden und man damit Geld machen will, soll das auch schön so bleiben. Und da hat man natürlich wenig Interesse daran, dass sich das verändert. Und ja, das ist natürlich schwierig. Das ist echt eine eingefahrene Kiste. Also ja, ich hoffe, dass es jetzt mit dem neuen Tierschutzgesetz endlich mal so weit kommt, dass man mal einfach, wie gerade angesprochen, so eine rote Linie hat und sagt, okay, es ist jetzt einfach Standard. Es ist jetzt einfach für alle akzeptiert. Diesen Hunden geht es nicht gut. Das muss jetzt aufhören. Und ja, irgendwie muss man so ein bisschen durch Dialoge und durch Aufklärung einfach versuchen, so einen sanften Wechsel oder, also es passiert ja auch. Man sieht ja schon, gerade auf Social Media und sowas, passiert super viel Aufklärung. Die Leute verändern schon ihr Denken und sehen jetzt auch einfach ein, dass es den Hunden nicht gut geht. Aber ich glaube nicht, dass es so von heute auf morgen einfach funktioniert, weil der Wechsel einfach zu hart sein wird für viele Menschen. Bin ich auch wieder überall bei dir. Und trotzdem stelle ich mir gerade die Frage, sind wir noch an einem Punkt, wo wir Rücksicht auf Befindlichkeiten von Menschen nehmen können? Oder sind wir nicht an einem Punkt, wo wir mal sagen, ja, dann sind da jetzt, keine Ahnung, 100.000 Menschen mal für eine Woche traurig und beleidigt. Und dafür haben wir keine Hunde mehr, die ab jetzt neu geboren werden, die kein cooles Leben gesundheitlich führen können. Egal, ob die charakterlich Bombe sind oder nicht. Das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Aber wir wollen ja mal ehrlich sein, auf dieser Welt würde sich ja absolut gar nichts im Großen und Ganzen verändern, wenn ab morgen kein Chihuahua mehr hier leben würde. Also außer für die Menschen, die gerne ein Chihuahua hätten. Dann sind die kurz traurig, dann finden die eine andere Rasse, einen anderen Hund, der auch klein ist, der die Charaktermerkmale eines Chihuahuas annähernd mitbringt, der aber gesund ist. Ja. Und weißt du, wie ich das meine? Ja, wir haben dann eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen, 100.000 Menschen, die finden das nicht cool? Ich weiß nicht, ob das so schnell geht. Also ich meine, wir verstehen uns ja alle als Hundemensch so und wir identifizieren uns auch mit diesem Lifestyle und oder musst du nicht unbedingt das Thema Hund sein. Stell dir mal vor, du bist irgendwie glühender Fußballfan für einen bestimmten Verein und dann sagt dir einer, ey, ab nächster Woche gibt es den nicht mehr. Und dann sagst du ja auch nicht, okay, dann ist der vielleicht mal zwei Wochen traurig. Aber wenn du sagst, aus den und den Gründen gibst du den Hund nicht mehr, du musst die Leute halt abholen, die müssen es halt verstehen. Und das ist halt eine schwierige Aufgabe. Du musst denen das erklären, warum, was passiert da, warum können wir die nicht weiter züchten, was ist das Problem an diesen Hunderassen. Und dann schaffst du halt ein Verständnis dafür. Aber einfach nur zu verbieten, ohne das irgendwie die Leute da abzuholen und mitzunehmen, halte ich für schwierig und auch unrealistisch. Weil ich glaube, gerade, wie gesagt, wenn es halt so emotionalisiert wird, ist halt jeder schnell in so einer Anti-Haltung und besteht halt aus Prinzip auf seinem Punkt. Wenn mir einer was wegholen will, dann sage ich auch erstmal so, nee. Aber wenn er mir jetzt erklären würde, was ist denn das Problem daran und den Hunden geht es wirklich nicht gut und es funktioniert auch nicht, da irgendwie irgendwelche gesunden Nachkommen zu züchten, die sind halt wirklich erblich oder genetisch so verengt, das ist halt einfach nichts mehr möglich. Dann besteht eher eine Chance. Aber ich glaube nicht, dass es so einfach ist, dass man einfach sagen kann, so ab jetzt ist einfach Schluss. Es wäre schön. Also ich würde es mir auch wünschen, weil es halt einfach für mich auch die einzig mögliche Variante ist, das Tierleid halt zu verhindern. Aber ich befürchte, dass es nicht so einfach geht. Ich bin jetzt gar nicht immer gegen das. Also ich bin wieder 100% bei dir und wir können gleich das Thema wechseln, damit das nicht so... Ist ja alles gut. Mein Punkt daran ist, wie gesagt, ich bin wieder bei allem, was du sagst, gehe ich voll d'accord. Aber mein Punkt ist, können wir uns es noch leisten oder wollen wir es uns noch leisten, dass Hunde leiden, damit Menschen was verstehen? Also weißt du, es werden neue Chihuahuas geboren und ich bin bei dir, wir müssen die abholen, wir müssen das erklären. Und wenn du das verstehst, dann muss dir ja auch klar sein, dass das nicht mehr weitergehen kann. Aber sind wir bereit, dass deswegen jetzt nochmal fünf Chihuahua-Welpen auf die Welt kommen, die vielleicht kein cooles Leben haben, damit drei Leute es verstehen? Also weißt du, was ich meine, für mich passt... Ich verstehe, was du meinst, ja. Die Waag ist nicht ausgewogen für mich. Aber ich glaube, die Entscheidung ist sonst oder die Entwicklung ist sonst nicht nachhaltig, weil du denen ja was aufzwängst, was sie nicht verstehen. Und ich glaube, das würde sich dann... Es wäre halt ein krasser Unmut, natürlich, den gibt es ja jetzt auch schon. Und ich glaube, dass du nachhaltig die Entwicklung... Du trägst dem nicht bei, wenn du es denen aufzwingst. Also klar, an irgendeinem Punkt musst du dich ja dazu zwingen, weil es halt einfach ethisch nicht vertretbar ist, auf jeden Fall. Aber ich glaube, es ist halt einfach nicht die schöne Variante und auch nicht die nachhaltige Variante, weil dann irgendwo gibt es halt einen Cut. Dann sagen die, okay, die und die Rassen, das funktioniert nicht, die leiden zu stark. Ja, dann holen die sich die Hunde vielleicht aus dem Ausland. Oder weißt du, die finden dann irgendwie doch wieder Wege, weil sie es nicht verstanden haben. Weil sie ja in sich immer noch denken, ja, die wollen mir das nur verbieten, keine Ahnung warum. Aber die Hunde sind eigentlich klasse. Und das ist ja das Problem. Das musst du ja an der Wurzel bekämpfen. Und ich glaube nicht, dass du das einfach nur mit einem stumpfen Verbot hinkriegst. Auch wenn es natürlich ethisch, müssten wir direkt aufhören. Und das ist ja klar, heute am besten. Bin ich wieder voll bei dir. Ich glaube auch, dass man das erklären muss. Ich merke halt zunehmend bei mir, dass ich nicht mehr akzeptieren möchte, dass das menschliche Ego über das Wohl von einem Lebewesen gestellt wird. Und damit bekomme ich zunehmend wirklich ein Problem. Also ich kann es gar nicht genau beschreiben, aber ich höre das, was du sagst. Und rational denke mir, ja, ja, das macht total Sinn. Lass uns das machen. Diplomatie ist auch die Kunst der leisen Töne. Nicht immer nach vorne gehen, rausschreien, dann hört dir keiner mehr zu. Dann sind wir bei Polemik. Polemik ist nicht cool. Aber ich merke halt, dass ich innerlich so denke, selbst einer dieser Welpen, der noch geboren wird, ist schon zu viel, weil irgendjemand im Jahr 2024 mit all den Möglichkeiten, die wir haben, uns zu informieren, das nicht verstanden hat. Oder das nicht verstehen möchte. Oder immer wieder für sich die Ausnahme definiert. So, nee, also meiner ist gesund. Genau, ja, 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 es ist, es ist einfach wahnsinnig emotional und es ist vielleicht für uns, weil wir keine Qualzsuchten haben und jetzt auch nicht dem verfallen sind und vielleicht auch das Wissen haben, einfacher zu sagen, die werden sich daran schon gewöhnen. Ich mache mal ein provokantes Beispiel. Ich weiß, dass du wahrscheinlich jetzt nicht so denkst, aber du kommst ja auch aus dem Agility-Bereich. Ja. Und für viele Leute ist Agility einfach das Hobby ihres Lebens. Das ist richtig geil, das macht richtig Spaß und so. Und jetzt stell dir mal vor, du stehst da auf dem Hundeplatz und mit deinem Border Collie und trainierst da und dann kommt einer und sagt, dieses Agility ist für den Border Collie nichts. Der ist da total aufgeheizt, der wird da gehetzt, du machst ihm super viel Stress, das war die letzte Trainingseinheit. Ja, da zerbricht doch eine Welt, wenn du eigentlich vorhast, mit dem Wettbewerbe zu machen und in der Community bist und Freunde hast und du liebst den Hund und du warst die ganze Zeit der Annahme. Der hat richtig Bock daran. Ja, und das ist doch super blöd. Da musst du ja doch lieber erklären, guck mal, das sind die Anzeichen, daran merkst du, dem geht es gerade nicht gut. Aus den und den Gründen ist das vielleicht nicht gut für die Gesundheit. Komm, wir gucken, ob es nicht gleich ein anderes Hobby gibt, was vielleicht besser passen würde. Dann würdest du dich doch viel besser abgeholt fühlen, als wenn einer sagt, nee, Schluss jetzt. Ich drehe es um. Ich glaube, ich würde denken, warum habt ihr es mir nicht erstmal verboten, warum habt ihr mich noch fünf Monate die Scheiße weitermachen lassen, bis ich Idiot endlich verstanden habe, was ich hier falsch mache. Oh, dann bist du aber sehr differenziert, finde ich, und sehr überlegend. Aber weißt du was, ich würde mich, glaube ich, danach so schlecht fühlen, dass ich das weitergemacht habe und so lange gebraucht habe, bis ihr mir endlich in meiner Birne klar machen konntet, dass das nicht gut ist. Ich würde danach denken, ey, was bin ich für ein Egoist, wie kann man denn einen Teamsport machen, der für den Teampartner nicht gut ist. Ja, aber ich glaube, da bist du reflektierter als manch anderer Mensch. Also ich weiß nicht, ob alle Leute so denken, um ehrlich zu sein. Ja, aber wenn du ja deinen Hund magst und den wirklich, also wirklich, wirklich, wirklich magst und dann sind wir ja bei, also ich habe mal ein richtig geiles Zitat gelesen. Zuerst hatte ich einen Hund und habe mit dem Agility gemacht. Und irgendwann habe ich Agility gemacht und habe mir dafür Hunde geholt. Und das hat so für mich auf den Punkt gebracht. Das ist ein Riesenunterschied. Und dann war die Quintessenz so, lass mal wieder zurückgehen zu, ich habe einen Hund und mache mit dem Agility. Weil das verändert alles. Ja, ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Aber ich glaube, dass es halt einfach für viele Leute nicht so einfach hinnehmbar ist, ohne die nötigen. Ich glaube, dass ganz viel, sorry, dass ich reingehe, aber ich glaube, dass ganz vieles nicht, also für mich ist auch ganz vieles nicht leicht hinnehmbar. Aber Daniel und ich hatten es auch. Ich glaube, es würde uns so gut zu Gesicht stehen, wenn wir unser Ego mal zwei Sekunden nach hinten stellen würden. Ja, total. Und ich habe neulich von einer Hühnerfarmbesitzerin oder ich, die macht Eier. Ich weiß nicht, wie das ist. Ich nenne sie jetzt Hühnerfarmbesitzerin. Hühnerfarm. Das ist auf jeden Fall genau der Begriff, was sie beruflich macht. Wie heißt es denn? Naja, also es ist halt eine Dame, die viele Hühner hat, die Eier produziert. Also die Hühner produzieren Eier, die sie verkaufen kann. Ich habe Landwirtin sogar einfach. Gut, das trifft sie. Das ist schon sehr speziell. Gibt es einen Studiengang zu oder eine Ausbildung? Landwirtschaft mit dem Fachbereich Geflügel. Und die hat gesagt, dass die Wissenschaft ja gerade da dran ist, immer mehr zu schauen, wie emotional Tiere eigentlich sein können. Wie Tiere fühlen, wie Tiere denken, welche Gefühle im Spiel sind. Und sie hat gesagt, wenn das noch ein bisschen weiter geht, müssen wir alles in diesem Land verändern, weil wir ethisch und moralisch nicht mehr vertreten können, was wir mit Tieren machen, wenn wir schwarz auf weiß lesen können, wie sie fühlen und welche Emotionen sie haben. Ja, da kann man ja das ganz große Fass aufmachen. Warum hält man denn einen Hund? Ja. Also, oder, ja. Warum möchte ich überhaupt einen Hund haben? Das ist natürlich dann die ganz große Frage. Hast du eine Antwort für dich? Tja. Also, wenn man sich ehrlich macht, sind das immer egoistische Gründe. Na klar. Ja. Weil es mir besser geht mit Hund. Ja. Damit du jetzt nicht allein da stehst, so, ja, same, ne? Ja. Genau. Und Ellen und ich hatten es wie Anmaßen, weil es, und weil es ja auch anders nicht geht, das ist ja klar, es ist ja eine total einseitige Entscheidung. Ja. Ne, du kannst ja deinem Gegenüber noch nicht mal fragen, ey Kumpel, bockt hier oder so Probezeit vorbei, willst du doch wieder ausziehen? Ja, kennst du nicht die Welpen, die sich direkt verlieben in die neuen Besitzer und sagen, ach, nehme ich mit? Ja, voll, aber das Ding ist so, genau wie du sagst, so in dem Moment. Das war jetzt nur Ironie, also das war nicht ernst gemeint. Genau, das war Ironie. Wenn du dieses ganz große Ding aufmachst, finde ich, wird es auf der einen Seite richtig leicht und auf der anderen Seite so schwer, weil du es ja gar nicht mehr greifen kannst. Ja. Also, weil dann ist ja Garin nicht mehr da. Und vernichten auch, also, haurig für einen selbst natürlich auch, ja. Deswegen, einen Hund adoptieren, der schon da ist auf der Welt, um zumindest sein Leben besser zu machen. Die Anne hat gesagt, jetzt muss ich voll auf die Anne zitieren, aber weil es mit der Anne halt auch darum ging. Die Anne hat gesagt, es wäre gut, wenn alle Züchter mal zehn Jahre Pause machen, damit wir erstmal diese großen Probleme, die wir gerade haben und die wir nicht lösen können, irgendwie in den Griff bekommen. Macht das Sinn? Ja, schon eine gute Idee, sagen wir mal. Naja, kommt drauf an, aus welcher Perspektive. Sicherlich, wenn die Leute dann, weil es keine Zucht mehr gibt, weil es keine Rasse, Hundzucht mehr gibt, dann stattdessen zum Tierheim oder irgendwie zum Tierschutz gehen, wenn sie den Hund wollen. Ja, wenn du jetzt ein Liebhaber einer super gesunden Rasse bist, kannst du nicht zehn Jahre pausieren. Also, ich verstehe Ellen aus ihrem Standpunkt total. Finde ich auch cool so, aber zumindest könnte man ja mal mit denen, nicht nur zehn Jahre, soll halt für immer pausieren, wo du merkst, okay, die Zucht ist komplett aus dem Ruder gelaufen. Ich habe halt dann dagegen geführt, dass ich halt total verstehe, wenn Züchter da aussteigen, die gerade halt ihre Zuchthunde zu Hause haben und dann sagst du denen, ey, zehn Jahre Pause, ja, dann sind diese Hunde quasi nicht mehr da oder nicht mehr zuchtfähig. Also, du nimmst halt wahrscheinlich nicht nur eine Generation, sondern zwei Generationen komplett raus und damit dann das, wie du sagst, was Liebhaber einer Rasse da reingezogen haben. Und jetzt kann man anfangen, darüber schon wieder zu reden, ob das so sinnhaft ist, menschliche Ideale, die wir uns vorstellen, in Form von Hundezucht zu verfolgen. Aber das führt dann wahrscheinlich, also dann sind wir irgendwann so weit und so groß, dass es gar keinen Sinn mehr macht. Man könnte ja zumindest mal anfangen und sich, was die Hundezucht anbelangt, wirklich mal ehrlich machen, was denn im Moment so die Zuchtstandards sind, nach welchen Kriterien ausgesucht wird. Wo, also ganz drastisch natürlich, welche Qualzuchten es einfach gar keinen Sinn mehr macht, zu züchten, was halt wirklich auch Leid und Schmerz verursacht, aber welche Zuchten vielleicht, ja, nicht per se schrecklich sind, aber wo man einfach auch ein bisschen was verbessern könnte oder mal updaten könnte, was so unsere wissenschaftlichen Standards angeht. Und, also es gibt wahrscheinlich viele Züchter, die sagen, ja, wir züchten aber nach dem, ja, okay, verstehe ich alles, aber auch mal, manchmal hat man mal so ein bisschen, wenn man das so miterlebt von außen und die Züchter so sprechen hört über ihre Rasse, man kann diese Begeisterung, diese Begeisterung kann man total nachempfinden, aber von außen denkt man manchmal, wenn man die einmal so schüttelt und sagt so, wir brauchen Hunde, die in unserer Gesellschaft über einem irgendwie klarkommen können. So, das ist doch erstmal das Aller, Allerwichtigste. Und sich dann irgendwie in so klein, klein und danach dann die Verpaarung auszusuchen und sowas, weiß ich nicht, ob das immer so zielführend ist. Muss man deswegen jetzt zehn Jahre aufhören, diese Rasse zu züchten? Nein, aber kann man vielleicht einmal so mal durchatmen und das nur einmal so im Großen und Ganzen betrachten und überlegen, gibt es da nicht einfach so Stellschrauben, die man noch ein bisschen verändern könnte, um irgendwie der Zucht und den Hunden irgendwie was Gutes zu tun. Wer müsste das betrachten oder welche Person, welche Instanz, welcher Verein, was auch immer, wer könnte das sein, der da oben sitzt und sagt so, und jetzt ist hier ein langer Tisch und hier sind hundert Stühle und wir setzen uns hier jetzt mal ran und wir gehen hier erst wieder raus, wenn wir eine Lösung haben? Ich bin ja ein großer Fan der Wissenschaft und ich glaube, dass sowas evidenzbasiert sein sollte und dass Emotionen da wahrscheinlich nicht so viel Spielraum haben sollten. Ich glaube, dass wir da sowas wirklich gut wissenschaftlich betrachten könnten, gerade was so was wie Gesundheit und so angeht, logisch. Und dann hast du eine wissenschaftliche Erkenntnis und trotzdem werden dann ja die Emotionen sofort wieder überschwappen, wenn aus der Wissenschaft eine Entscheidung herausgetroffen wird. Ja, natürlich, aber deswegen sind wir ja Menschen, das ist ja das Problem. Deswegen gibt es ja Qualzuchten. Crazy. Wir machen da mal einen Punkt hinter. Das war ein wilder Ritt jetzt schon irgendwie, ne? Voll, aber ich liebe es. Das ist richtig cool, mit dir zu reden, wirklich. Das macht richtig Freude. Was ist das große Ziel von Adoptieren statt Produzieren? Man macht dir einen Haken hinter und sagt, check, damit haben wir mal angefangen. Das war die Ausgangsidee. Ob das jemals passieren wird, ist fraglich. Also ich glaube, das große Ziel ist wirklich die Aufklärung. Einfach Leuten Wissen an die Hand zu geben, selbst Entscheidungen zu treffen, richtige Entscheidungen zu treffen. Ist das messbar? Glaube ich nicht. Und ich glaube, es wird immer ein Auf und Ab geben. Einfach weil, weißt du, diese ganze Hundehaltung ist natürlich auch sehr so trendgetrieben. Also dann gibt es mal diese Züchtung, diese Qualzucht. Dann ist es irgendwie Merle-Faktor. Dann ist es wieder, weiß ich nicht, Silber-Labbis. Also es geht ja immer weiter, Wolfhunde, keine Ahnung. Und ich glaube, solange es da was Neues gibt, ist man da immer am Ball, das sich mal anzuschauen, wie das so läuft. Und dementsprechend aufklären, die Menschen miteinander ins Gespräch bringen, immer wieder Missstände auch aufzeigen und mal Sachen benennen. Das sind so die großen Ziele oder Aufgaben, glaube ich, eher. Ich habe mich gerade gefragt, was passieren müsste, damit ein Trend für Tierschutzhunde ausgelöst wird. Also wir haben Ellen und ich haben es, ja, es ist schon wieder Ellen, aber sorry, Ellen, Grüße gehen raus. Ellen, das nächste Mal musst du bitte, bitte. Ellen hat ins Feld geworfen, dass es immer Kinofilme oder Filme gibt, wonach man ja, wenn dort eine Hunderasse mitgespielt hat, sehr gut nachvollziehen kann, okay, der Trend dieser Rasse geht auf diesen Film zurück. Ja. Was könnten wir tun oder was kann irgendjemand tun, damit wir einen Trend, wirklich so einen nachhaltigen, richtig großen Trend für Tierheimhunde und Tierschutzhunde hätten? So, dass alle sagen, genau das brauche ich, ey, wie geil. Ja, Sichtbarkeit auf jeden Fall natürlich. Das ist, glaube ich, ein ganz großes Ding. Wobei ich jetzt mal ganz recht wieder dazwischenrufen würde, vielleicht gibt es das auch schon gerade. Also ich finde, dass gerade unter den jungen Leuten, wenn man sich da mal die Studien zu anschaut, wie die zu Tierschutzhunden stehen und welche Hunde sie adoptieren, nimmt natürlich die Zahl der Tierschutzhunde schon drastisch zu. Und das ist natürlich die Care-Seite, mit der wir uns hier in der Kampagne auch viel beschäftigen. Da wo Licht ist, ist auch immer Schatten. Es gibt auch schwarze Schafe. Und wenn du jetzt mal versuchst, einen Tierschutzhund zu adoptieren, ist auch nicht einfach. Also Auslandstierschutz, du wirst ja überrannt, wirklich von den Hunden. Und auch da ist es halt wichtig aufzuzeigen, das ist ein guter Verein, der ist seriös, den kannst du unterstützen. Unterstützt keinen Verein, die dir kleine Hundewelpen zeigen und sagen, wenn du den nicht adoptierst, ist der morgen tot. Weil das ist auch kein guter Tierschutz. Und ja, ich glaube auch damit ist nicht immer, also es ist nicht immer alles super und es läuft auch im Tierschutz nicht alles super. Und auch da muss man, ja muss man auch drauf zeigen. Und deswegen glaube ich schon, dass es, also ich glaube schon, dass es gerade da schon eine große Entwicklung gibt. Und ja, und vielleicht muss man ja auch gar nicht mehr schwarz-weiß denken. Also vielleicht kannst du ja auch, um wieder auf die Zuchthunde, auf die Rassehunde zurückzukommen, beide Welten vereinen. Vielleicht kannst du auch mal einen Film drehen mit einem super gesunden Goldie und einem Tierschutzhund. Also, ich komme aus dem Agility und da darfst du an der FCI-Weltmeisterschaft nur teilnehmen, wenn du einen über die FCI dann VDH gezogenen Hund hast. Und ich denke die ganze Zeit so, du musst doch nur ein Edding nehmen und diesen Satz aus deinem Reglement streichen. Ja. Und schon machst du die Agility-Welt auf und jetzt können wir uns darüber unterhalten, ob jeder immer den Rassehund baut, weil er zur WM kommt. Das steht auf einem anderen Blatt Papier. So viele Leute kommen da nicht hin. Ich glaube, dass sofort, also sofort, unmittelbar ein Umdenken stattfinden würde, weil das dich nicht mehr reglementiert in irgendwas, egal ob du es erreichst oder nicht. Ja. Sondern du machst es auf und du hast nicht mehr kategorisierte Hunde. Ja. Ah ja, ist in und mischeln. Kannst du nicht mit, ey, Break, Mann, sag mal, sind wir bekloppt? Und ich verstehe das schon, es ist eine FCI-WM, kommt über ein VDH, es ist eine Rassezuchtverwehr, komm, hör auf, habe ich alles verstanden. Aber wir sind ja heute im Jahr 2024 und wir stehen ja vor Problemen, vor denen wir im Jahr 1600, als wir das geschrieben haben, noch nicht standen. So ein bisschen so die Dinge, wo ich denke, wir können doch so viel Sachen, und das ist jetzt nur aus meinem Sport. Ich weiß nicht, wie es in irgendwelchen anderen Bereichen aussieht. Und das würde ja niemandem wehtun wahrscheinlich, das zu ändern. Ja, und da greifen wir nochmal auf den Punkt zurück, den ich gerade eben hatte. Diese VDH-Zugehörigkeit oder generell diese ganzen Stammbäume und so sind ja auch nicht immer ein Qualitätsmerkmal, um jetzt das mal so drastisch zu sagen. Also für viele Rassen hast du halt einfach schriftlich bestätigt, dass du ein Produkt der Inzucht daheim sitzen hast, mit allen gesundheitlichen Problemen. Und solange das immer noch der Fall ist, finde ich es sowieso irgendwie total bekloppt. Also das heißt ja nicht, dass es jeder Mischling von der Straße ein gesunder Hund ist, absolut nicht. Aber irgendwie davon auszugehen, dass es da irgendwie, nur weil er jetzt irgendwie Papiere hat, dass er dann besonders toll und besonders gesund sein muss, ist halt auch schwierig. Total. Und ich finde halt, wir schaffen halt so künstliche Regeln, die halt, ich habe es eben schon gesagt, die Hunde, kategorisieren und du hebst immer so diesen Rassehund damit so ein Stück höher. Ich weiß nicht, ob es generell so ist, könnt ihr ja vielleicht auch mal schreiben, an die, die zuhören. Also in meiner Wahrnehmung ist der Rassehund immer mehr wert und das klingt richtig gemein, aber als so ein Mischling. Ja, spannend, weil ich nochmal zu dem anderen Trend, nehme jetzt auch wahr unter den jungen Leuten, dass sie bessere, in Anführungszeichen, bessere Menschen sind, weil sie halt einen Tierschutzhund haben. Ach crazy. Hast du das noch nicht beobachtet? Nee. Also begegnet mir schon häufiger. Krass. Aber ich glaube, das ist natürlich auch so ein bisschen, in welcher Bubble man sich natürlich bewegt. Und ich finde es halt nur wichtig, dass... Ja, du bist hier in Köln, das ist am Nabel der Zeit, ich komme vom Dorf, weißt du, bei uns. Ach so, okay. Gib uns noch drei Jahre, dann kommt das bei uns auch an. Bist du keine Hashtag-Dogma? Nee, leider nicht. Schade. Naja, aber weißt du, solange einfach der Austausch bestehen bleibt und man halt eine Tierschutz-Dogma sein kann, ich finde der Begriff ganz schrecklich, also das war auch wieder Ironie, nicht, dass es einer falsch versteht, aber trotzdem halt irgendwie in den Agility-Kurs gehen kannst mit einem Border Collie, mit Papieren. So, ist doch alles okay. Also, muss ich einfach nur ein bisschen austauschen und einfach, es darf halt einfach nicht irgendwie, ja, es darf halt einfach nicht entgleiten so. Man darf nicht einfach in diesem Rassewahn bleiben, aber man darf genauso gut nicht irgendwie 15 Hunde aus dem Tierheim adoptieren, weil man damit was Gutes tut und alle, weil sie sich irgendwie wohnen haben, das klappt auch nicht. Man muss einfach sich ein Korrektiv finden und miteinander im Austausch bleiben und sagen, hey, das finde ich aber nicht gut, weil, und dann sagt der andere, okay, und einfach irgendwie Argumente austauschen und irgendwie in Bewegung bleiben. Das finde ich einfach wichtig, dass man sich da nicht so, ja, verrennt. Es ist immer wieder so, ne, dieses Miteinander und nicht übereinander. Und dann könnte es einfach sein. Vielleicht. Nochmal zurück zu adaptieren statt produzieren. Ich probiere es ein drittes Mal, mal sehen, wo wir diesmal landen. Was sind aktuelle Sachen, die ihr macht? Auf Instagram sieht man immer wieder zum Beispiel eure Marken als ein Ding. Vielleicht erklärst du kurz, was das ist für die, die noch nicht wissen, was das ist. Und dann nimmst du uns vielleicht noch mit in die anderen Projekte, die in nächster Zeit so anstehen. Wenn du darfst und wenn du magst. Ja, genau. Also die Hundemarken, das ist eigentlich eine echt schöne Sache, weil wir haben ja wirklich keinen Anspruch auf irgendwie wirtschaftlichen Gewinn oder so. Also wir machen Sachen einfach nur, die wir gut finden und unterstützen die und zahlen halt drauf. Und jetzt haben wir überlegt, was irgendwie eine coole Art und Methode wäre, Leute zum Spenden irgendwie zu animieren. Aber irgendwie so, dass sie auch, ich sag jetzt mal, einen Gegenwert haben so oder irgendwas, dass sie auch das Gefühl haben, okay, ich habe jetzt für meine Spende irgendwie was physisches in der Hand. Und dann kamen wir halt auf diese Hundemarken, die man im Martin-Rütter-Onlineshop bestellen und individuell gravieren lassen kann. Und der Gewinn, der aus diesen Spenden generiert wird oder aus diesem Verkauf der Hundemarken, fließt in das Tierheim Darmstadt. Und das Tierheim Darmstadt ist ein ganz super schönes Tierheim, weil die ein ganz cooles Projekt haben. Das nennt sich Underdogs. Der Tierheimleiter ist auch Tierarzt und der behandelt die Hunde von Obdachlosen aus der Region kostenfrei. Ach, crazy. Ja, und das finden wir so gut. Schön wie der Gänsehaut, ey. Ja, der ist echt cool. Also das ganze Tierheim-Team ist richtig cool. Die sind richtig resolut, die haben richtig Bock, die sind richtig on fire. Und ja, das ist ein super cooles Projekt. Also wir hatten jetzt, Martin war jetzt im letzten Jahr mit den Tierheimhelden, mit dem Format auch nochmal in Darmstadt. Also da kann man auch nochmal mehr Infos und noch ein bisschen Bewegtbild sich anschauen. Ja, die kriegen halt die Spenden und das fließt dann dorthin. Und wir sind auch immer wieder da und zeigen das, was damit passiert. Ich war jetzt, letztes Wochenende war ich da. Stimmt das? Ja, ich glaube schon. Weil die jetzt so einen ganz krassen Fall von der Beschlagnahmung hatten. Drei Hunde, die über Jahre irgendwo in so einem kleinen Zwinger gehalten wurden. So was habe ich, also wirklich noch, also es war so schlimm. Das habe ich echt noch nie so schlimm gesehen. Ich habe auch schon vieles gesehen, aber sowas noch nicht. Die hatten wirklich seit Jahren Ohrenentzündung. Der eine Hund war komplett zugewuchert im Gehörgang. Das muss operiert werden. Offene Stellen, Ekzeme. Ganz, ganz schrecklich. Und ja, also Christian, der Tierheimleiter, hat dann mal hochgerechnet, das wird das Tierheim jetzt erstmal schon 20.000 Euro pro Jahr kosten, die zu erstmal zu beheimaten, den Futter zu bezahlen. Wirklich? Ja, weil klar, die brauchen Schmerzmedikamente, die brauchen auch natürlich Futter, die Unterkunft. Das Personal, die haben halt einfach viel mehr Pflegeaufwand natürlich. Und die sind jetzt natürlich auch nicht so die Hunde, wo jeder gleich ins Tierheim rennt und sagt, boah, den will ich. Weil die halt wahrscheinlich ihr Leben lang gesundheitlich darunter zu leiden haben. Die waren so schlimm, also gesundheitlich so schlecht dran, dass Christian gar nicht richtig einschätzen konnte, wie alt die sind. Weil da irgendwie so ein großer Spielraum war. Und erstmal sind die jetzt beschlagnahmt. Das heißt, die gehören auch noch nicht dem Tierheim. Also es ist eh noch nicht so richtig klar, wer bezahlt das. Und es ist alles nicht so ganz einfach. Aber auf jeden Fall spenden Hilfen da enorm, um das einfach alles zu finanzieren. Und es ist ein schönes Projekt und ist total transparent. Also jeder, der wissen will, was passiert mit meinen fünf Euro, der kann da einfach hinfahren und sich das angucken. Und ja, er fährt da wirklich wahnsinnig emotionale Geschichten. Auch das zeigt so diese aktuelle Situation, finde ich. Ich mache jetzt seit vier Jahren einen Podcast. Und am Anfang, so gefühlt hatten wir so jede sechste, siebte Folge mal jemanden, der irgendwas gepitcht hat, wo man spenden könnte, wenn man das wollen würde. Aktuell ist es in jeder Folge. So was auch einfach zeigt, wo wir stehen. Es ist wahnsinnig viel, ne? Ja. Und es überfordert einen auch ein bisschen. Also ich finde das schon, einfach als jemand, der sich das so anschaut, gerade auf Social Media und sowas, es kann schon eine Belastung sein emotional. Ja, und dann denke ich immer so, wo willst du spenden? Also jetzt gehe ich hier raus und denke mir so, ja, klar kann ich jetzt zehn so eine Marken kaufen, 20. Okay, kein Struggle. Wir machen eh viel. Wir sagen das nicht so. Oder Defi hat es auch gesagt. Leute schreiben ihn immer an und dann sagt er, ihr wisst doch gar nicht, was ich alles schon mache, ohne das halt immer zu erzählen. Aber ich denke immer so, du scrollst einmal durch und du hast im Prinzip so fünf Anfragen, wo du was hinspenden könntest. Und ich glaube, dass du dann eher sagst, komm, ich mache hier gar nichts, als das aufzuteilen. Oder keine Ahnung, was es so für Möglichkeiten gibt. Ja, es ist wirklich schwierig. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, welche Lösung es da gibt. Ich glaube, es hilft wirklich, sich mal mit den Projekten zu befassen und zu gucken, ist das irgendwie transparent? Sehe ich denn, was mit dem Geld passiert? Ist das ein guter Verein? Wo fließt das Geld eigentlich konkret hin? Und ich finde, um jetzt vielleicht den Bogen zu schlagen, zu welchen Projekten stehen jetzt an, immer eine super Idee, mal lokal zu schauen. Was geht hier eigentlich? Welche Leute sind da irgendwie die Akteure bei mir in der Stadt, im Ort? Muss nämlich nicht immer Geld sein. Also ich glaube, jedes Dörfchen, jedes Städtchen hat so den lokalen Tierschutzverein, die sind vielleicht nicht immer Hunde, aber die vielleicht die Katzen füttern, die kein Zuhause haben und so. Die sich einfach mal freuen, wenn da einer die unterstützt. So Kleinigkeiten. Ist eine super Erfahrung, weil du das nicht am Handy machst, sondern du gehst mal raus und du kommst mal mit den Leuten ins Gespräch. Und das kann, glaube ich, sehr bereichernd sein. Und aus diesem Grund hat Deffi jetzt eine ganz tolle Idee gehabt, nämlich den Tierschutz-Euro. und er hatte jetzt die Idee für sein Tierheim in Mörs. Also sein Tierheim, weil er da emotional sehr mit verbunden ist. Nee, nee, man könnte schon denken, dass es seins ist. Naja, also emotional auf jeden Fall. Genau, und ja, einfach die Leute in seiner Stadt Mörs zu animieren, ey, wenn jeder von euch nur einen Euro spendet im Monat, das ist echt nicht viel, ne? So, die findest du beim Auto aufräumen, die findest du irgendwie nochmal in der Hosentasche, wo auch immer, ja. Geh mal in das Tierheim, spende die einfach mal und wenn wir das alle zusammen machen, dann haben wir richtig was erreicht. Und das finde ich super, weil es nämlich eben diesen Punkt, dieses Gemeinschaftliche so nochmal unterstreicht. Das ist hier unsere Verantwortung, dieses Tierheim, diese Tiere hier. Auch nochmal ein sozialer Aspekt, ne? Die Leute, die da wirklich Hilfe brauchen in diesem Tierheim. Das sind nicht immer die Leute, die irgendwie die Hunde aussetzen oder so. Das sind auch Leute, die sagen, hey, ich kann mir grad die OP nicht leisten, könnt ihr mir irgendwie helfen, so. Und das ist halt eine wahnsinnig soziale, wahnsinnig große soziale Aufgabe. Und wenn man da sich zusammenrauft als Gemeinschaft und sagt, hey, wir wuppen das jetzt, das finde ich wahnsinnig toll. Und da, genau, das ist jetzt seine neue Idee oder sein neues Projekt. Und das unterstützen wir natürlich auch ganz groß. Und der Deutsche Tierschutzbund ist dabei. Und Martin ist natürlich dabei. Und da wird in den nächsten Wochen auch noch einiges kommen zu. Und das ist natürlich dann crazy, wenn so Leute da reingehen mit so einer Reichweite und so einer Durchschlagskraft, dann bewirkt das halt auch was. Und ich habe vor fast acht Monaten mit ihm aufnehmen dürfen, mit Deffi. Und da hat meine Sichtweise auf Spenden verändert. Er hat nämlich gesagt, und wenn du in Anführungsstrichen nur 50 Cent, ohne das jetzt wertend meinen zu wollen, spendest, dann haben die 50 Cent mehr als vorher. Und das ist nicht peinlich und das ist nicht unangenehm. Und das ist auch nicht, ach, 50 Cent helfen eh nicht. Ich lasse das lieber, weil der Aufwand ist für alle zu groß. Nee, das sind 50 Cent. Und wenn das tausend Leute machen, dann ist das richtig Kohle. Und das ist nie wieder aus meinem Kopf rausgegangen, weil ich vorher auch ehrlicherweise derjenige war, der immer gedacht hat, ah nee, hier eine Paypal-Überweisung unter 50 Euro brauchst du ja nicht machen, weil, nee. Ey, 1 Euro, 50 Cent. Und wenn das, wir bleiben beim Mörs, weil du es gesagt hast, er hat das dann hochgerechnet. Crazy. Richtig verrückt. Wenn jeder, der in Mörs gemeldet ist, 1 Euro gibt, dann hat dieses Tierheim keine Probleme mehr. Nee, wahrscheinlich reicht auch jeder Dritte. Wahrscheinlich. Ja, aber auf jeden Fall. Und ja, wenn man das einfach anstoßen könnte, dass irgendwie noch mehr Menschen, also alleine dieser Schritt, mal sich damit zu befassen, wo ist mein nächstes Tierheim? Das ist schon mal Step 1. Und das, klar, jetzt die Hundeleute und so, die haben das vielleicht auf dem Schirm, aber nicht jeder ist ja irgendwie ein Hundemensch oder hat einen Hund. Aber auch wenn derjenige sich mal damit beschäftigt, denn die Tierheime sind ja für viel mehr da, als nur irgendwie die Tiere aufzunehmen. Also die kümmern sich ja auch mal um verlorengegangene Hunde, die mal kurz beim Spaziergang abhauen. Die machen ganz viel Jugendarbeit. Die kümmern sich um Stadttauben, um, also dieser Aufgabenbereich, der ist ja so riesengroß. Und das muss ja auch finanziert werden in irgendeiner Art und Weise. Und das gehört irgendwie einfach, ja, zu unserer Gesellschaft dazu, dass es diesen Ort gibt. Das ist ganz, ganz doll notwendig. Und deswegen müssen wir uns irgendwie alle auch darum kümmern, finde ich. Weil ich mal Lehrer war. Echt? Ja. Oh. Aber das Schulsystem und ich passten weder als Schule und Schüler noch als Schüler, noch als Schule und Lehrer gut zusammen. Habe ich mal ins Feld geworfen, diese ganzen sinnentleerten Schulausflüge, die übers ganze Jahr in irgendwelche Streichelzoos gemacht werden, wo es den Tieren wirklich nicht so gut geht. Wenn wir die ganze Kohle mal nehmen, die die Eltern ja eh bezahlen müssten, und das geben wir ins Tierheim und dafür fährt jede Klasse einmal im Jahr ins Tierheim, ja, dann kannst du nicht die Zwergziege streicheln, die da rumsteht und kein cooles Leben führt. Aber du warst schon mal in deinem Leben in einem Tierheim. Du hast verstanden, was Tierschutz ist. Das Tierheim hat Geld bekommen. Du hast trotzdem deinen Schulausflug gemacht. Kannst du vielleicht noch was über Hunde lernen, Hundekommunikation? Genau, Hundekatzen. Da läuft ja alles Mögliche rum. Ja. Und das sind so viele, deswegen meine ich so, das sind so viele kleine Punkte, wo wir ansetzen können. Aber es ist natürlich viel bequemer, in den Streichelzoo zu fahren, mich da auf meine Picknickbank mit meinen drei Kollegen zu setzen. Grüße gehen raus an alle Lehrer. Ich weiß, dass es genauso läuft, weil ich es auch so gemacht habe. meinen Kaffee zu bestellen und die Kiddies spielen auf dem Spielplatz. Ja. Wäre eine schöne Idee. Aber es gibt so viele Punkte, finde ich, wo man ansetzen kann. Und wenn man es dann runterbricht, sind wir immer wieder bei einzelnen Personen, die die Motivation aufbringen müssten und diesen Mehraufwand leisten müssten, diese Dinge anzustoßen. Und dann, so kenne ich es zumindest aus dem System Schule, um kurz da zu bleiben, bist du halt so schnell wieder bei einer großen Struktur, die Dinge nicht ermöglicht und dann ist das gefährlich und blablabla. Und ich glaube, dass das auch wieder so ein Ding ist, wo wir einfach anfangen müssen, viel lockerer und intuitiver, wie du sagst, wieder so als soziales Miteinander Dinge oder das in der sozialen Verantwortung zu sehen, dass es dem Tierheim in deiner Stadt, was im Worst Case für dein Tier da wäre, das darf nicht erst eine Rolle für dich spielen, wenn es soweit ist. Nee. Das muss vorher eine Rolle spielen. Ja, 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 auf jeden Fall. Und ja, also ich glaube, man muss einfach dieses Tierheim wieder von diesem Ort des Grauens und des Schreckens wegnehmen und eher so als Ort der Begegnung, so des Lebens und der Freude so wahrnehmen. Und da gehören Kinder auf jeden Fall mit dazu. Weil es bringt halt super viel Leichtigkeit. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, da ist auf jeden Fall noch ganz viel Potenzial. Und wir sind immer total begeistert von solchen Ideen und solchen Projekten. Also hast du jetzt schon mal eine schöne neue Idee? Und sowas fangen wir immer gerne mit der Kampagne auf und unterstützen irgendwie. So gut es einfach nur geht. Ja, also gerade Tierschutz, alle Leute, die immer sagen, ja, ich bin so Hundemensch und ich habe irgendwie von den Menschen abgeschworen, für mich gibt es nur die Tiere. Das ist im Tierschutz nicht möglich, weil du hilfst auch immer den Menschen oder solltest auch immer den Menschen damit helfen. Und ja, es betrifft einfach super viele soziale Bereiche. Auf jeden Fall. Johanna, keine Ahnung, wie lange wir dabei sind. Ich habe auch nicht auf die Uhr geguckt. Letzte Frage. Woher kommt dein Antrieb, das zu machen? Ich will ja direkt noch richtig persönlich gegen Ende hier. Ja, also ich glaube, ohne da jetzt unnötig tief reinzugehen. Ich glaube, weil ich auch mal so ein bisschen das Aufgefangenwerden brauchte. Als in meiner Kindheit gab es auch mal so eine Phase und da war es mein kleiner, mini lokaler Tierschutzverein. Also wirklich ganz klein, kleine Truppe gibt es auch immer noch, die mich da aufgefangen haben und irgendwie mir das so gezeigt haben, wie das so funktioniert. Ja, wir viel soziale Hilfe auch geleistet haben. Und ja, damals als Kind denkt man da ja gar nicht, ich war da zehn, denkt man da gar nicht so drüber nach. Und dann gibt es immer Teil meines Lebens. Also dieser Verein wurde irgendwie auch meine Familie und dann hat mich das so begleitet. Und genau, irgendwann bin ich dann studieren gegangen und habe mich, also ich habe Politik eigentlich studiert und politische Kommunikation. Wie damit befasst, wie man solche Themen irgendwie auch kommunizieren kann oder kommunikativ verpacken kann. Und vor allem auch, wie man irgendwie überlegen kann, gerade solche Themen, die jeden ein bisschen auch was angehen, wie man auch andere Leute daran teilhaben lassen kann, gemeinsam eine Lösung finden. Deswegen ist es uns hier ja auch so wichtig, dass man immer gemeinsam im Austausch bleibt. Und ja, irgendwann bin ich dann hier über die Kampagne gestolpert, über Martin gestolpert. Ich war auch schon immer Hundemensch, muss man auch sagen. Und so vielleicht war eine Stelle frei. Und ja, dann bin ich da so reingeschaltet und jetzt bin ich halt froh, dass das so, also wahnsinnig froh, dass ich einfach so dieses Privileg habe, dass das auch noch beruflich Teil meines Lebens ist. Weil es ja sowieso privat immer, zu jeder Sekunde, an jedem Tag Teil meines Lebens ist. Was für eine andere Sichtweise, das Privileg, das beruflich machen zu dürfen. Ist so. Ist so. Also ich glaube, wenn jemand für irgendwas glüht und so eine Leidenschaft hat und so ein Hobby hat und irgendwas, was einen emotional wirklich, wirklich bewegt und du kriegst irgendwie die Möglichkeit, das tagtäglich zu machen. Und also man nimmt es nicht als Arbeit wahr. Das ist doch, also schöner geht es ja gar nicht. Danke Martin. Jeder Gast, der seine Geschichte hier erzählt, darf eine Palette Futter an eine Tierschutzorganisation seiner Wahl spenden. Wo geht deine Palette hin? Ich glaube, ich würde, weil wir jetzt auch schon darüber gesprochen haben, die Palette an das Diamant in Darmstadt spenden. Die freuen sich. Find ich sehr gut. Vielen Dank für deine Zeit, Johanna. Vielen Dank für deine Zeit. War ein richtig cooles Gespräch. Keine Ahnung, ob es mir zusteht, das zu sagen, aber ich glaube, du machst die Welt mit dem, was du machst und wie du bist, ein bisschen besser. Und das ist richtig cool. Ja, dankeschön. Also gebe ich nur zurück mit deinem Podcast. Glühender Fan. Und ich finde, um das jetzt auch noch einmal nochmal zu sagen, weil ich jetzt heute Morgen auch nochmal darüber nachgedacht habe, dieses Miteinander in Gespräch bleiben, verschiedene Perspektiven aufzeigen. Das macht dir richtig gut. Also ich freue mich jede Woche auf die neue Folge. Danke. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.